Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wie ihr im Hintergrund seht, befinde ich mich nicht in Hamburg, sondern in einem Land, in dem man mit den Händen gestikuliert, die Emotionen auf der Zunge trägt und sein Outfit wirklich lebt, nämlich in Italien. Wir sind in Florenz. Im Hintergrund seht ihr Ponte Vecchio, einer der Wahrzeichen der Stadt. Und wir dachten uns, da wir eh zweimal im Jahr seit über sieben Jahren in der Stadt sind, teilen wir mit euch unsere Top-Pics, nämlich wo kann man hier überhaupt einkaufen gehen, wo kann ich gut Abend essen, wo kriege ich einen guten Drink, wo habe ich eine tolle Aussicht dabei. Dabei fangen wir mit dem wichtigsten Teil für diesen Channel an, nämlich wo kann ich überhaupt Kleidung einkaufen gehen. Da muss ich sagen, haben wir in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, alles um den Dom herum in der Innenstadt könnt ihr eigentlich vergessen, alles was Retail angeht. Denn H&M ist hier das Gleiche, wie es bei uns zu Hause auch ist. Was ihr immer mal machen könnt, ist zum Beispiel bei Massimo Dutti reinschauen, die Sortimente ändern sich leicht. Ich persönlich gehe auch immer ganz gern zu Sandro rein, wenn sie ein Sale haben, ansonsten ist es mir auch ein bisschen zu teuer. Aber es gibt einen Retail-Laden, den wir euch empfehlen wollen, das ist Gutteridge. Da gehen wir jetzt gleich hin und danach gucken wir uns das eigentlich Wichtige an, nämlich Vintage. Hinter uns seht ihr Gutteridge und das ist tatsächlich unsere allererste Anlaufstelle, wenn wir in Florenz sind. 1878 wurde der Laden gegründet und bietet mittlerweile Anzüge, Sakkos, Hemden, Hosen, wirklich alles, was ihr euch vorstellen könnt, zu sehr guten Preisen an. Lohnt sich immer reinzuschauen, im Sale könnt ihr teilweise einen Pulli für 30 Euro mitnehmen und das lohnt sich absolut. Gutteridge ist uns deswegen aufgefallen, wir sind immer durch die Straßen gelaufen und dachten so, okay, die Anzüge sehen gut aus. Die Details sind ganz schön, wenn man hier zum Beispiel sieht, wir haben zwei Reiher, die Kombinationen sind dann auch mal sehr stark. Wir haben hier einen Navy mit Weiß kombiniert, einen dunklen Gürtel, Einstecktuch, weißes Hemd, sehr schön maritimer Look. Im Hintergrund haben wir einen hellblauen Anzug, was ich tendenziell nicht empfehlen würde, aber der von der Farbe her, vom Material, das ist ein Leingemisch, sieht top aus. Und allein wenn das Schaufenster so tasty aussieht bei einem Laden, dann musst du einfach mal reinschauen, was sie wirklich drin haben. Und auch der Preispunkt ist sehr, sehr gut. Das eine Sakko kostet 189, das andere auch und da kannst du echt nichts zu sagen. Gerade bei Sakkos und Anzügen zu solchen Preisen, solltet ihr auch immer drauf schauen, wie die Materialzusammensetzung ist. Denn in den meisten Fällen ist zu viel Polyester verarbeitet, was ich euch nicht empfehlen würde. In dem Fall ist es eine Mischung aus Baumwolle und Leinen, was absolut genial ist für den Sommer. Und auch ein sehr, sehr schönes Qualitätsmerkmal, gerade auch bei Guttridge, ist, wenn du hier mal auf das Label schaust, Vitale Barberis Canonico. Das ist eine der besten Webereien auf dieser Welt. Bedeutet, der Stoff stimmt auf jeden Fall schon mal. Also schauen wir mal rein. Neben der genialen Musik von Britney Spears spotte ich unter anderem schon direkt das erste Teil. Und zwar ein Zweireiher aus Leinen. Super, super nice. Den gibt es in Navy, den gibt es in komplett weiß. Die passende Hose hängt daneben. Alleine der Blazer 190, was völlig in Ordnung ist. Für 100% Line. Das ist genau das, wovon ich spreche. Ihr habt kein Info da drin. Das heißt, es ist maximal luftdurchlässig. Das ist genau das, was ich für den Sommer brauche. Die passenden Hosen hängen hier auch noch dazu. Also ihr könnt euch einen kompletten Anzug. Wenn wir jetzt mal schauen, wir haben 190 bei dem einen Sakko. Und dann kommen hier 80 Euro dazu. Also sind wir bei 270 Euro. Ja. So, bei 270 Euro für einen perfekten Leinenanzug. Und die Sache ist, es wird halt immer besser in diesem Laden. Hier haben wir einen Dreiteiler Leinenanzug. Komplett in weiß. Auch Hammer. Das sind auch die Einzelpreisteile, was ja auch wunderbar ist. Du kannst halt die Weste kaufen. Du kannst den Anzug kaufen. Du kannst die Hose kaufen. Meistens ist es ja so, dass man daran gebunden ist, dass man alles zusammenkauft. Musst du hier nicht. Dann haben wir einen helleren Beigeton. Dann kommt ein dunklerer Beigeton. Und dann kommt das hellblaue, was wir draußen auch schon gesehen haben. Wie ihr seht, auf jeden Meter finden wir hier geniale Ware. Und hier kommt schon das nächste. Auch meine Highlights. Wir haben zum Beispiel hier ein dunkelrotes Leinen-Sakko. Superschöne Farbe. Wir haben hier noch ein paar andere hellere Töne. Wir haben ein helles Grün. Wir haben ein helles Blau. Hier haben wir sogar einen Searsucker. Zwei Reihe. Also die Materialien finde ich jetzt schon mal ziemlich, ziemlich stark. Und auch da, Preispunkt, kannst du einfach nicht meckern. Und um nicht einfach nur über Anzüge zu sprechen, auch wenn ihr euch mal die Hemden anschaut. Ich habe das hier gespottet. Das werde ich wahrscheinlich auch kaufen. Schaut euch mal die Details an. Wie schön der Kragen gemacht ist. Schöner, langer Kragen. Das Material fühlt sich super an. Und das Krasse haben wir eben schon gesehen. Der Preispunkt 49 Euro. Kannst du nicht meckern. Also ich werde mir auf jeden Fall eins kaufen. Unten gibt es noch eine Auswahl an klassischeren Teilen. Sowas wie ein Trenchcoat. Da gehen wir jetzt mal runter und gucken. Allgemein finden wir unten noch etwas klassischere Sachen. So wirklich die Basisausstattung. Wir haben hier zum Beispiel eine Reihe von Polos, was sehr, sehr stark ist. Da haben wir hier zum Beispiel ein Trenchcoat. Da mit einem Dunkelblau machst du gar nichts mit falsch. Und dann haben wir hier. Wir haben Jeans, wir haben Chinos. Wir haben alle möglichen Basisfarben. Und auch hier eine sehr, sehr coole Weste. Ich liebe den Laden. Das ist der einzige Retail-Laden, den ich hier wirklich in Florenz wärmstens empfehlen kann. Wir gehen jetzt aber weiter und schauen uns Vintage-Läden an. Wir fangen an mit Melrose. Melrose gibt es hier zweimal in Florenz. Einmal am Bahnhof und einmal in der Nähe von der Kapelle. Die meisten Vintage stehen es auch immer kumuliert aufzufinden. Genauso bei denen. Wir gehen erst zu Melrose und dann zu einem weiteren. Und das wird euch wirklich umhauen. Also im Hintergrund seht ihr auch einen der Märkte, wo ihr Lederwaren einkaufen könnt. Prinzipiell keine schlechten Sachen in Italien. Gerade in der Florentiner Gegend gibt es tolle Lederwaren. Aber muss ich sagen, ich würde mir hier, wenn dann, nur ein Portemonnaie, eine Kleinigkeit kaufen. Die großen Taschen nicht wirklich, riechen immer relativ stark. So gut ist die Verarbeitung der Sachen auch nicht. Und sie versuchen euch immer abzuziehen, Leute. Hier laufen so viele Touristen vorbei, da werdet ihr keinen guten Preis bekommen. Also Leute, wenn ihr das vermeiden wollt, was gerade bei mir im Hintergrund abgeht, das sind Massen und Mengen und Menschentrauben an Touristen mit irgendwelchen Guides und Lautsprechern, dann würde ich euch empfehlen, nicht im Juni, nicht im Juli, nicht im August zu kommen. Auch vom Wetter her ist es viel zu heiß. September ist der Monat. Auch was die Preise angeht für Airbnbs, für Hotels, ihr tut euch nur einen großen Gefallen, wenn ihr im September kommt. So, wir befinden uns jetzt vor dem Melrose Vintage. Das ist ein sehr, sehr starker Laden. Wie gesagt, ich habe schon auch mein erstes Favorite Piece gespottet. Ich muss echt wissen, was das kostet. Oh, nice. Wir gehen jetzt gleich mal rein. Es gibt mehrere Räume. Es gibt einen Militärraum. Es gibt einen Damenraum. Ich weiß es nicht genau. Wir zeigen es euch gleich. Ich weiß, dass ich euch nicht zu viel versprochen habe. Wir befinden uns jetzt in einem der Räume, wo es quasi ausschließlich Jacken gibt. Wir haben hier einmal eine super, super starke College-Jacke. Alles Mögliche an Lederjacken, Lederwesten, Indianer-Style, alles am Start. Super, super cool gemacht. Jetzt geht es weiter in Richtung Sakkos. Alles Glenscheck. Wir haben Haarentritt. Lederjacken haben wir auch ganz stark. Coole Sachen. Wir haben hier sogar neue Hemden. Und halt wirklich alles an Details, was man sich vorstellen kann. Auch wenn man hier mal reinschaut. Ihr könnt wirklich alles durchforsten. Hier ist einmal was. Komm hier einmal rum. Socken. Handschuhe in allen Farben. Also wirklich in jeder Schublade. Das ist eine Schatzgrube. Tatsache. Guck mal hier, was sind das für coole Sachen. Also wirklich. Nochmal Handschuhe. Stark. Socken. Eigentlich haben die auch immer, ach so guck mal hier. Alles hier noch mit Pricetag dran. Also du findest wirklich so, so, so nice Sachen. Kaschmirsocken. Boah. Kann ich hier mein drittes Bein noch mit eindecken. Ja. Oder hier zum Beispiel auch Scherlingjacken. Und das ist wie gesagt, das ist nur ein Raum, ne? Ultra cool. Wirklich. So, dann kommen wir jetzt zum Militärraum. Wie ihr seht, hier gibt es alles Mögliche an Militärsupply. Wenn ihr mal schaut, super geniale Sachen. Allein da oben der Trenchcoat. Hammer. Also vom Schnitt her, von der Farbe her, super cool. Wir haben Taschen. Wir haben Koffer. Aber wir haben hier zum Beispiel fast ungetragene Timberlands in Wildleder. Auch coole Dinger. Wir haben hier Haarfelsschuhe. Auch cool. Oder natürlich hier einfach alles Richtung Uniform. Wir haben hier Kurzarmhemden. Westen, Pullover, deutsches Militär. Wir haben US-amerikanisches Militär. Wir haben teilweise koreanisches Militär. Und an sich, wenn ihr einfach Lust auf Feldjacken habt. Hier auch eben schon rausgezogen. Komplett ohne irgendwelche Abzeichen. Wenn das nicht cool ist. Also mehr Patina bekommt ihr nicht. Und das zu einem Preis von 55 Euro. Finde ich völlig in Ordnung. An sich auch in dem Laden. Die ganzen Details sind der absolute Hammer. Weil ich meine, was ist das? Also, ist das ein Hoverboard? Oder es ist ja wie ein Roller oder so. Und hier ist noch ein Moped. Also, wenn du von der Kleidung nicht fündig wirst. Dann kannst du auf jeden Fall ein Kraftfahrzeug mitnehmen. Und nicht genug von den Militärsachen. Ihr habt natürlich auch alles an Denim zur Auswahl. Schaut euch allein mal die Auswahl an Jeans an. Die hier. Das geht hier oben natürlich auch noch weiter. Eine Bandbreite an Vintage-Hosen. Also da wird selbst ich mit meinen Hühnchenbeinen fündig. Ich finde Vintage-Gürtel halt auch mal cool. Wenn man sich sowas anschaut. Ein bisschen was an Patina. Hier hängen auch noch mal welche. Von Kleidung über Hüte über Gürtel. Einstecktücher. Aufnäher. Hier zum Beispiel auch richtig cool. Knöpfe haben wir da vorne. Krawatten. Habe ich eben schon gesehen. Auch wirklich Designerware. Lavant zum Beispiel. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Muster. Eine alte Hugo Boss Krawatte. Auch sehr cool. Also ihr werdet hier wirklich fündig. Also ich hole mir jetzt das eine Stück. Ja, ein nötiges T-Shirt bevor jemand anderes bietet, you know? Also ich würde ja sagen, meine Frau freut sich. Aber es wäre wirklich stark gelogen. I wanna be the very best. Dankeschön. Ist das überhaupt meine Größe? Ich glaube, ich muss es erst anprobieren. Im Prinzip ist es egal, wie es sitzt, oder? Es wird ziemlich sicher zu klein sein. Aber ich probiere es jetzt mal aus. Wünsche mir Glück. Es ist ein bisschen zu tief, oder? Ich wollte es sagen, es ist ein bisschen zu tief. Ich nehme es ein bisschen zu tief. Ja. Nein, es macht es kleiner. Aber für einen Pokémon-Trainer, ich denke, es ist okay, oder? Es ist okay. Ja. Ja, ich denke auch. So, Melrose liegt jetzt hinter uns. Ich habe das legendäre Pokémon-T-Shirt mitgenommen, über das ich meine Frau auf jeden Fall nicht freuen würde. Sie würde es bei der nächsten Gelegenheit versuchen auszusortieren. Wir haben jetzt noch in der unmittelbaren Nähe einmal Daisy Vintage. Das ist ein etwas aufgeräumterer Laden, ein bisschen ausgesuchter auch. Und den blende ich euch hier jetzt nochmal mit ein. Das ist auch ein cooler, cooler Laden. Ansonsten zeige ich euch jetzt auch nochmal Dolce Vita. Zu dem Laden laufen wir jetzt extra hin, weil die Sachen, die es dort gibt, sind so cool. Die will ich gar nicht erzählen. Die sollt ihr per Video sehen. So, wir stehen jetzt vor La Dolce Vita. Und wie ihr es unschwer erkennen könnt im Hintergrund, es gibt hier Vintage-Fußball-Trikots. Kommt mal kurz mit. Und zwar, wenn man mal schaut, wirklich geniale Sachen. Du hast zum Beispiel was von Messi. Du hast hier was von Totti. Du hast was von Maradona aus deiner Barcelona-Zeit. Also super coole Sachen. Du hast auch Vintage-Luxus-Sachen, wie man da hinten sieht. Also wirklich, wirklich coole Artikel. Das ist eine absolute Empfehlung. Wenn ihr Fußball-Fans seid, müsst ihr dort reingehen. Ansonsten, die nächsten Vintage-Läden sind in der Nähe von Ponte Alcarraia. Wenn ich das richtig ausspreche, eine der Brücken. Einmal auf unserer Seite der Brücke haben wir welche. Zum anderen Tartan Vintage, da gehen wir jetzt nochmal kurz hin. Und ansonsten auf der anderen Seite. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber lasst uns kurz zu Tartan gehen. Wir sind jetzt bei Tartan Vintage. Dieser Laden hat alles an englischer Mode, was ihr euch auch nur vorstellen könnt. Barber-Wachsjacken, ihr habt Cricket-Pullover, ihr habt Gehstöcke, ihr habt Uhren. Der Laden ist ein absoluter Overload an wirklich genialen Sachen. Fangen wir hier einmal an und ziehen einmal, drücken einmal am Pferd. Und wenn wir hier jetzt schon reinkommen, als allererstes finde ich die Flanellhemden super nice. Wenn ihr mal reinschaut, hier habt ihr eine ganze Menge an Flanellhemden. Direkt geht es weiter mit Westen auf dieser Seite. Da habt ihr auf der anderen Seite auch schon super geniale Tweetsackos. Schaut euch mal diesen Stoff an. Unglaublich cool. Prince of Wales Muster haben wir dabei. Wir haben Hahntritt, Fischgrät, alles dabei. Lass du dich einfach mal durchprobieren. Wie schon erwähnt, wirklich alles so englisch, wie man sich nur vorstellen kann. An den Schals sieht man es auch wunderbar. Wir haben Aquascutum, wir haben Burberry, Barber. Schaut euch mal die Gehstöcke an. Union Jack ist dabei. Also wenn das nicht cool ist, das bestimmt auch irgendwo ein Dolch. Ziemlich sicher. Do you have a sword in here? No, I have only one with a umbrella. For drink? No. Nice. Okay. For the discreet gentleman. Yeah. Very nice. Und hier, wenn ihr auch mal schaut, hier unten gleich Horsebit Loafer. Das ist so ein underrated Schuh, wirklich. Super, super schön. Das ist mit das Signature Piece von Gucci. Und hier ist in rohen Mengen, findet ihr dieses wunderschöne Paar Schuh. Genial. Da muss man aber wirklich darauf achten, dass es einem auch steht. Ich bin nämlich etwas zu schmal für sowas. Wow. Ein, jetzt fehlt mir gerade der Name. Duffelcoat. Duffelcoat, danke. Ein Duffelcoat und vor allem von Aquascutum. Das ist die englische Marke zusammen mit Burberry, die diese Sachen ikonisch herausgebracht haben. Du brauchst eine gewisse Körperbreite. Wenn ihr bei mir mal schaut, ich bin sehr schmal. Dafür gehe ich drin unter. Das sieht nicht aus. Also du brauchst eine gewisse Körperbreite, um den tragen zu können. Aber wenn du die hast, dann rock die Dinger. Wirklich, probier es mal. Und davon gibt es hier auch 1, 2, 3, 4, 5 von unterschiedlichen Farben. Wir haben auch hier wieder Harris Tweed verwendet. Wir haben Raglan-Mäntel, wie den hier zum Beispiel. Das ist eine schöne Farbe auch, ne? Das ist grün. Ah ja, hier steht nur High Quality drin. Das muss auch High Quality sein. Aber cool, oder? Super schön. Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, das anzuziehen bei den Temperaturen. Okay, darunter verstecken sich nämlich nicht nur eine, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern circa 30 Wachsjacken von Barber. Also auch die, ne? Kann ich nur empfehlen, kauft die Dinger Vintage. Natürlich ist immer cool, seine eigene einzutragen, gar keine Frage. Ich trage die, die meine Mutter getragen hat, die mit mir schwanger war. Das Ding ist riesig, sieht aus wie ein Müllsack, aber ich liebe sie. Hier findet ihr welche in eurer Größe mit der Patina von jemandem vorgetragen. Cooler kann es ehrlich gesagt nicht werden. Also, ja, wenn ihr sowas online findet oder in einem Store, nehmt es mit. Und auch hier, schaut euch mal die Hülle und Fülle an Krawatten an. Was hier alles an Mustern dabei ist, hier so ein schönes Paisley. Cool, unglaublich. Mal hier mit Enten drauf. Sehr, sehr cool. Schöne Sachen. So, das war Tartan Vintage. Es gibt jetzt noch auf der anderen Seite des Flusses von Ponta de Caraya, einfach über die Brücke rüber, so haben wir eine Ansammlung von circa fünf bis sieben Vintage Stores. Die wollen wir jetzt nicht alle durchgehen, das würde den Rahmen sprengen. Einer sticht besonders heraus und das ist PX Military Vintage. Kommt da alles mögliche auch an Feldjacken, an Military Supply, eventuell auch New Old Stock Sachen. Einfach mal vorbeischauen. Aber, um das Thema des Abends jetzt auch nochmal aufzurollen, ich habe echt Bock auf einen guten Drink. Deswegen schauen wir jetzt mal, was wir an schönen Bars noch finden. Okay, wir sind jetzt zurückgelaufen, mehr Richtung Innenstadt. Wir sind jetzt am Piazza della Repubblica, denn wir sind auf der Suche nach einem guten Drink, der in Italien nicht allzu schwer zu finden ist. Die Frage ist nur, worauf habe ich Bock? Ich persönlich gehe mal davon aus, ich gehe entweder mit meiner Frau oder in eurem Fall vielleicht mit eurer Freundin was trinken. Wir wollen eine nette Umgebung haben, coole Leute, coole Musik, nicht zu laut, nicht zu leise, nicht zu voll, nicht zu leer. Und im Hintergrund sehen wir zum Beispiel Gilly. Gilly ist schon eine coole Adresse, gar keine Frage. Aber ich persönlich finde, es kommt da nie, es sei denn es ist jetzt Pitti und es ist ultravoll, allzu die große Stimmung auf. Es ist relativ teuer und dafür lohnt es sich in meiner Sicht nicht ganz so. Es geht, wenn ihr einmal durch den Torbogen da hinten geht, dann kommt ihr nochmal nach links zu Colleberetto. Das ist etwas kleiner, etwas mehr Richtung Club. Es ist alles etwas kompakter, das macht das Ganze ein bisschen familiärer. Wenn coole Leute um dich sind, dann kommt man ins Gespräch. Das Gefühl habe ich bei Gilly nicht. Hier ist es auch an sich so, muss ich sagen, die Geräuschkulisse ist relativ hoch. Es ist ein bisschen wie eine stylische Frankfurter Zeil. Finde ich persönlich einfach nicht so cool, wenn wir gerade schon in Florenz sind und den Stil so ein bisschen ausleben wollen. So dieses Mark von Florenz in uns aufnehmen. Entsprechend die Option, habt ihr Gilly, Colleberetto etwas besser? Mein Geheimtipp ist aber die Straße runter, nämlich die Angels Bar und genau da gehen wir jetzt hin. Wir sind jetzt in der Angel Terrace Bar angekommen. Wirklich, wirklich cool. Du hast einen Blick über Florenz, du hast tolle Drinks, du hast eine obene Aussicht, du hast auf mehreren Ebenen, kannst du aussuchen, wo du sitzen möchtest. Ich gucke jetzt in die Karte, als würde ich immer heraussuchen müssen, was ich trinke. Ich trinke auf jeden Fall nach Brot Spritz, weil ich bin in Italien. Schaut euch den Ausblick an. In die Richtung haben wir den Turm vom Rathaus ist das. Auf der anderen Seite sieht man den Durm und wenn man hier beim Abend sitzt und mit seiner Freundin, mit seiner Frau hier einen Drink nimmt. Hier hat man echt einen ganz schönen Blick und wenn es noch ein bisschen wärmer ist, Leute, hier kann man es gut gehen lassen. Tagsüber wie auch abends. Sprechen wir über das Thema Frühstück in Italien. Ich muss euch tatsächlich enttäuschen, Leute, Italien hat keine Frühstückskultur. Normalerweise bekommt ihr einen Kaffee, einen Biscotti und alles an Backwaren schmeckt gleich, leicht zitronig und ansonsten mit relativ wenig Geschmack. Was ich euch aber empfehlen kann, wenn wir hier in Florenz sind, sind kleine Läden wie der hier bei uns im Hintergrund. Ihr könnt hier wunderbar frühstücken, es gibt Panini, ihr könnt die belegen lassen, wie ihr wollt. Guten Kaffee dazu, wenn ihr mal ein bisschen schaut. Es ist wirklich ganz schön, es ist sehr klassisch Florentiner-Style. Passt euch den Italienern an, macht das nicht zu eurer Hauptmahlzeit des Tages, denn am Ende des Tages warten noch ganz, ganz andere Sachen auf euch. Da können wir auch gleich nochmal zurückkommen. Wir haben offensichtlich einen neuen Tag. Ich trage auch ein neues Outfit und wir haben natürlich neues Wetter mitgebracht. Das macht uns leicht einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich wollten wir jetzt noch mit euch durch Florenz laufen und sagen, hey, hier könnt ihr essen gehen, das solltet ihr euch noch anschauen. Aber hey, dann machen wir das Ganze einfach ein bisschen anders. Noch dazu ist ja eh nicht unsere Spezialität. Wir haben euch Kleidung gezeigt und das zuhauf. Was ihr auf jeden Fall noch mitnehmen sollte für euren Florenz-Urlaub ist, was Essen gehen angeht, La Ménagère. Wir waren ja bei Melrose Vintage. Direkt daneben ist La Ménagère, ein unglaublich gutes Restaurant. Du bekommst tolles Essen, du bekommst tolle Drinks für auf jeden Fall auch tolles Geld, muss man dazu sagen. Aber es ist wirklich eine Sehenswürdigkeit. Wenn ihr mit eurem Partner hier seid, solltet ihr es auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten, was Essen angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, hey, Leute, probiert euch einfach durch. Es gibt Restaurants, die wir auch über die Zeit gefunden haben. Aber ganz ehrlich, wieso haben wir sie gefunden? Weil wir uns einfach irgendwo hingesetzt haben, weil wir einfach Hunger hatten. Und wir sind in Italien, Leute. Ihr könnt es nicht falsch machen. Eine Pizza wird dort sehr gut schmecken, dort vielleicht gut und da vielleicht ein bisschen besser. Aber ihr werdet nie unter ein gewisses Niveau fallen. Was wir auch empfehlen können, wir gehen nämlich immer, wenn wir bei Pitti sind, durch die Via Faensa. Das ist auf dem Weg zur Fortessa da Basso. Dort gibt es zum Beispiel die Läden Trattoria Nerone. In der Straße ist auch Trattoria da Guido. Geht einfach da durch die Straße. Ich kann euch nur empfehlen, macht eure eigenen Erinnerungen. Ansonsten aber noch eine Restaurantempfehlung, die wirklich gut ist, muss ich sagen. Trattoria da Loste. Das ist, soweit ich weiß, eine Kette. Es gibt auf jeden Fall mehrere Filialen in Florenz. Eine davon ist in der Nähe vom Dom. Und das ist für uns das Restaurant, immer wenn wir mit Pitti Uomo durch sind, dann gehen wir dort was essen, zu dritt, zu viert. Ihr habt unglaublich gutes Fleisch, wirklich. Ansonsten, Leute, was Sehenswürdigkeiten angeht, wir haben ehrlich gesagt die letzten Jahre nie wirklich viel gesehen. Wir waren immer bei Pitti, wir haben unser Ding gemacht. Klar, es gibt gewisse Punkte, wie zum Beispiel den Dom, den solltet ihr euch anschauen. Pontevecchio. Pontevecchio ist die Goldbrücke. Dort wird seit Jahrhunderten mit Gold gehandelt. Ansonsten, wir wollen jetzt auch nicht zu sehr von unserer Linie abweichen, euch hier jetzt erzählen, was ihr alles Tolles machen könnt, wie die Historie hinter diesem und hinter jedem Gebäude ist. Schaut einfach online, ich habe selbst ein, zwei, drei Begriffe gegoogelt. Florenz Sehenswürdigkeiten und ihr bekommt Tipps, da könnt ihr ja übermorgen noch nicht durch sein. Also das kann ich euch nur mitgeben. Florenz ist eine unglaublich schöne Stadt, tolle Leute, super Essen, sehr viel Charakter und Charme. Ich persönlich war schon über 15 Mal hier und ich freue mich ehrlich gesagt auf das 16. Mal und auch auf das 17. Mal.